Hallo meine Freunde, YouTuber zu sein ist wirklich nicht immer einfach. Wir machen das, was wir tun, weil wir Spaß daran haben. Aber manchmal gibt es Situationen... Manchmal verstehe ich einfach nicht, warum manche Menschen so sind, wie sie sind. Ich habe niemandem etwas getan, aber manche behandeln einen wie Dreck. Was ihr jetzt gleich sehen werdet, sind echte Kommentare. Und ich möchte einfach mit diesem Video sagen, ich stehe dazu. Ich stehe zu dem, was ich mache. Und ich lasse mich von euch nicht unterkriegen. Darum werde ich heute böse Kommentare von euch vorlesen. Einfach, um euch zu zeigen, dass ich damit kein Problem habe. Wie kann so eine Missgeburt nur 400.000 Abonnenten haben? Der Junge hat doch ein Chromosom zu viel. Du bist hässlich. Ich habe diesen Kanal gemeldet als Missbrauch von Kindern. Aber YouTube wird eh nicht auf mich hören. Ist das eine Doku über das Down-Syndrom? Seine Augen sehen aus wie Seepocken. Alter. What the fuck? Was ist das denn für ein Scheiß? Nur Bekloppte unterwegs. Du bist ein verfluchter Hurensohn. Ja und? Nach den ersten drei Sekunden ausgemacht und das Handy an die Wand geknallt. Unglaublich wie blöd man sein kann. Was ich euch allen damit einfach nur sagen möchte ist. Ihr könnt schreiben was ihr wollt. Ihr werdet mich niemals klein kriegen. Ich mache das was ich mache, weil ich Spaß daran habe. Und nichts und niemand wird mich daran aufhalten können. Auf Wiedersehen.